Eine renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Wuppertal-Oberbarmen. Das im Jahr 1900 erbaute Haus verfügt über 4 Etagen. Das Objekt befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gas-Etagen-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über 4 Schlafzimmer sowie ein Badezimmer. Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 96 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 557 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.